Heute begrüßen wir unsere WECON Netzwerk Mallorca Mitglieder im Molltag bei einem wunderbaren Kochkurs, um die kulinarische Welt des mallorquinischen Kochens herum kennenzulernen. Wir sind sehr glücklich, die Menschen des WECON Netzwerk Mallorca hier zu bekommen. Wir haben heute ein tolles Event gehabt hier. Wir durften selber kochen in einer ganz tollen Finca, alles so, wie man sich das vorstellt zu Hause. Ich habe gerade noch gelobt, was für eine einzigartige Location wir hier quasi mitten in Santa Catalina gefunden haben, um in einer fantastischen Atmosphäre, nicht nur Ambiente, sondern Atmosphäre mit den Menschen in den Austausch zu gehen. Also ein schöner Tag. Ich habe gut gekocht. Ja, ich habe beim Kochen gelernt. Ich bin wirklich sprachlos, muss ich sagen. Die Gespräche jetzt alleine in den letzten zwei, drei Stunden, muss ich einfach sagen, habe ich wirklich selten erlebt und insofern bin ich wirklich mehr als begeistert. Es war ein tolles Miteinander. Wir haben super Gespräche geführt, neue Leute kennengelernt, wie immer. Und ich wollte mich recht herzlich bedanken für den tollen Abend. Hat super Spaß gemacht.